So, haha, liebe Fernenzuschauer, jetzt kommt ein echter Rockstar, bevor wir den Jungs ja mal zeigen, wie der geht, oder? Haha, du weißt doch gar nicht, wie, ob du ein Rockstar bist. Was, ich bin kein Rockstar? Nein. Was? Der Julia ist ja noch besser als du. Boah. Hallo. Julius, guck mal, ich bin ein echter Rockstar, ich kann so machen. Papa, du musst grün drücken. Achso. Lohn will sich die Weile zeigen, nochmal. Nee, Julius muss grün drücken. Ist auch gut. Jetzt, kommt. Trifft zehn Noten hintereinander für einen Mal zwei Punkte Multiplikator. Aber für längere Noten-Serien bekommst du höhere Multiplikatoren. Weiser Spruch. Wo bin ich denn eigentlich? Äh, hier. Ja. So, jetzt klapp, ich muss konzentrieren. Wir sind ja auch. Und das ist doch auch. Äh, warum? Boah. So was ist ein Rockstar. Was ist das eigentlich? 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 Jules hat dich nicht mehr holt. Ich hab ihn doch, oder? Nee. Ich hab ihn doch nicht mehr holt. Ich hab doch schon 14.000. Ich hab schon 15.000. 15.000. Jules hat 16.000. Was? Das kriegst du noch oder noch nicht? Das ist so, was für eine halbe Stunde lang, oder? Ich hab 15.000. Ich hab 15.000. 15.000. Jetzt geht es trotzdem noch. Da wird alles essen. Jules hat gewonnen. Jules hat gewonnen! Der Rockgeschmack hat gewonnen. Dich hab noch viel besser gedrückt als du, oder? Jules hat gewonnen. Juhu! 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 Haha! Ich war Spieler 2, haha! Nein, du warst Spieler 1! Äh... Er wurde gesagt, ich war Spieler 1! Irgendwie haben wir was umgedreht. Ich war schon gut. Vor allem ich. Also irgendwie schon um einen. 8.301! Ach, das ist wirklich gut. Ich war echt gut. Rockstar ist immer gut. Geil! Mann! Ich will mal sehen, wie viel? Ähm... Juhu! Juhu! Ja!